einen wunderschönen guten hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wir haben doch helloween das habe ich so gemacht weil du gesagt wir singen uns beim nächsten mal achso achso oh gott das hat jetzt ein bisschen gedauert und wir spielen heute mal ranket ranket weil wir sind ja haben das letzte spiel gewonnen deswegen haben wir optimistisch nein wir haben verloren nein ich lege ihm den auch noch so ich bin ich dem falschen tor läuft wie du stehst im falschen tor der falsche tor statt beim gegner im tor zu machen ja das wird ein mittelfeldpass oder auch nicht ja ich habe dabei war es ganz bei der planer die abzuhalten ja ja das dachte ich mir doch schon in die ecke und ich hab wieder nichts dafür bekommen ich hab so schön angetäuscht guck sie an hat angetäucht und ich krieg nichts dafür ich krieg nichts dafür ist wieder so ätzend ja das ist very sad rammler läuft ich flieg durch die luftbomber ähm jo der war gut ja aber nicht für uns ja na aber erstmal ist er nicht richtung richtung also in unser tollgang das war schon mal gut ja das ist schon mal viel wert du hättest den ball gar nicht getroffen klar ähm nein oh oh leute alter geh ran da komm jetzt mal bremse oh nein alle überlopft alle überlopft kaputt gehauen jetzt kommt er runter oh hau ihn rein ne ja wir sind ja vorbeigeflogen den krieg ich noch ja hab ich hab ich gesehen dass du den bekommen hast oh oh gott was war das denn wie knapp war der denn bitte schön gerettet so ein scheiß er 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 so das ich hab angefangen wie soll ich aus dem Rhythmus sein du war es aus dem Rhythmus so oh oh jetzt kann ich wahr seid ihr immer ich Oh lol Oh lol Sport ich erstmal im Ball Nice Oh Rambler, das ist dein Tor Ja Ja Die sind schon wieder Jetzt ist Rambler mal erster Oh lol Der Distanzschuss Schöner Kollaball Oh lol Alle fahren drauf Oh lol Wenn den keiner haben will Nice Guck mal der rechte Der fährt einfach weg Ja gut Schön rein jetzt wirbelt Keiner macht nix, weißt du Sehr geil Wir werden rassieren Leute schießt ja noch hinter uns Ja ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert Wir verdienen das Spiel Eher noch 5-3 alter Geplant Jo, der war gut Oh Gotti, deiner Oh Doch, 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 doch Ah jo Erstmal vorbeispringen Gute Idee Wow Wow, ey Nein Oh lol Oh fuck Schön gemacht Nice Gut gemacht Witzne, 1, 2, 3 Schön daneben stehen Guck Oh lol Ich dachte, ich fahr den dran Ups Ich fahr den dran Du fährst den dran Jo Der Ball hat sich quasi sehr gut bewegt Oh, oh, oh Oh, nie Die Rakete Nein Oh lol Oh, Mann Der hätt, der hat, lol Der testiert, fast nur gerettet, ey Ja, nee, nee Ich war, ich war jetzt erledigt Ach, na, nur Das war ja alles geplant Da, siehste, lol Doch du fließt dann noch so lang, ey Da war dicker Platz Hey, Dude Jawohl, so muss das sein, ey Komm, spielen bei Ranked, läufts hier, oder was? Wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist es wie ein LOL Der Ranked geht für die ganzen Opfer Opfer Oh, lol Oh, lol Ich will meinen Tripple noch machen. Kein Trick. Nein. Ne, mein Tripple geht. Oh, nice Rammler. Warte, den hab ich. Ja. Oh, lol. Rammler. Ich hab ihn aufgehört. Wir prüfen uns zu dritt um den Ball. Den kriegen wir. Oh, lol. Da macht der Falle Tische, Rammler. Nein. Nein. Oh, Mist. Alter. Er schiebt mich hier oben. Das ist deiner. Oh, nein. Ich hab ihn nicht erwischt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hol ihn weg. Ganz hart. Ganz hart. Ganz hart. Ich steh im Mittel. Der kommt, der wird in Mittel. Das macht's für mich nicht Mitte. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, so'n Dreck, ey. Tor von Utzen. Oder wie er hieß. Utzen 1, 2, 3. Utzne. Utzne. Oh, der schon wieder, ey. Bestimmt mit dem Kopf auf das Naturheil gepinnt bei dem Namen. Utzne. Dann dachte er sich, boah, 1, 2, 3 muss ich hinterhängen. Das ist cool. Ja, Utzne ist scheiße. Jo, der kommt. Der kommt. Der ist so hoch. Oh, der ist drin. Das kann ich mit wieder so'n Ding, ey. Da haben wir wieder unser Anschluss Kopf gemacht. Yes. Schön. Gut. Genau wie vorhin, Alter. Einfach hochgehoben. Einfach. Ich steh wieder da und bin letzter, natürlich. Weißt du, sobald Ramla nicht mehr zum Anschluss fährt, läuft alles gut. Ja. Ja. Erst war Ramla erster. Jetzt ist er wieder letzter bei uns. Das ist die Gardiner zum Chat. Oh, leu. Oh, das lag schon wieder. Mein Gott. Ja, Ramla, ey. Oh, leu. Oh, eigentlich. Nein. Nein. Oh, oh, oh. Oh. Nein. Nein. Yo. Ich fahr hier die ganze Zeit hinten rum und weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist sehr gut. Schon wieder. Der Ball ist immer genau da, wo ich nicht bin. Ich glaube, ich muss mal unser Tor, dann geht der bei denen ins Tor. Genau. Yo. Jetzt. Mach den rein. Nein. Oh, leu. Da hab ich einen Stupser von hinten bekommen. Warte, hier. Bitte fällt was. Oh, nein. Ja. Oh, Zucker. 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 Zucka. Alfa, Zucker. Alfa, richtig Zucker. Flanke und Ramla. Oh, Zucker. Da ist die Frikandel der Robben im Autosport. So ihr beide Fahrt, ich bin hinten. Ja gut, hat sich euer Gericht? Sehr schön. Sechs, fünf, vier, drei. Und jetzt fahr ich nicht, ich bin angestupst. Jaja komm. Putz! Das ist gewonnen! Gewonnen! Ich hab Rangliste bekommen, hä? Sieben Rangliste. Ich bin in 57. Ich bin auch 57, ich weiß nicht was das heißt, aber egal. Ich auch nicht. Ja, wenn er 100 hat, dann steigte er auf. So, wollen wir rausgehen, Hauptmenü. Boah, ich bin Zweiter. Neues Match, neues Match. Also Hauptmenü oder was? Nein, neues Match, ich kann direkt hier suchen. Ich mach schon. Achso, also machen wir bei Rangliste auch trotzdem zwei Runden? Jawoll. Alles klar. Für die gleiche Zeit. Alter, wie du jetzt runter hast? Was passiert jetzt eigentlich? Na, neues Spiel jetzt. Sind wir zusammen? Ja. Alles klar. Nee, ich war... Ja, sorry. Ich war ja bloß noch gut. Oh, wow. Hi Cody. Was geht? Alter, ich hab nochmal in Katur darum gespielt. Der geht doch rein! Nein! 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 Oh, da kann die Rakete schon wieder weg. Oh. Oh. Nicht gut. Oh. Alter, das leckt die halt gar nicht. Oh nein. Warte, den hab ich! Oh nein! Oh Gott! Das war richtig gut, ey. Oh Gott! Oh Gott! Oh Mama! Die war richtig gut, ey! What?! Oh! Nein! Oh Leute! Ich bin im Tor! Ich häng fest! Das ist nicht gut. Gar kein Problem! Oh! 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 Oh wow! Oh fuck! Oh wow! Oh fuck! Oh nein! Nein! Ich hab keinen Wusten mehr! Ich hab keinen Wusten mehr! Ich hab keinen Wusten mehr! Nein! Der Balleckt! Der Balleckt! Schön, Ramla! Jawoll! Dann bin ich... Bin ich reingerollt! Sehr schön, Ramla! Alle... Alle unseren Putz! Der Ramla ist vor und zurückgefahren, ey! Der Ramla einfach, zack! Ganz, ganz easy, weiß der Putz! Achso, das war gar nicht unser Tor! Ne... Ja, das war unser Tor, das ist richtig! Hast du gut getroffen! Oh lol! Ich hab jetzt grad ernsthaft gedacht, ich hab ein Tor gemacht, vernünftiges! Achso! Ne, das war leider das falsche! Ups! Nur um das nochmal klarzustellen! Ey, sag du mal nix hier, ey! Du hast schon öfters Tor oder reinbekommen, die gar nicht drin waren oder reinbekommen, die drin waren? Was? Öfters Tor oder reinbekommen, die gar nicht drin waren? Ja! Das ist klar! Alles klar! Ja, du hast schon Tor oder reinbekommen, äh, nicht reinbekommen, die drin waren! Wow, ey, das wird sich nicht weiter dreht, das scheiß Ding! Oh lol! Den habe ich! Oh lol! 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 Ich spring vorbei! Alle, wie alle vorbeispringen, ey! Oh nein! Wie viele Leute! Und jetzt geht's los! Und jetzt geht's los! Gut! Danke, dass du... Ah, kein Ding! Die du das für uns! Oder auch nicht! Den habe ich! Jo! Oh! Und jetzt klaut immer noch den Boost! Was für ein Arsch! Oh lol! Oh lol! Oh lol! Der wollte schon die Frister aufreißen! Dann kam die auch ganz schön durch! Bestraft! Oh! Nein! Oh lol! Nein! Ich kick euch auch noch beide weg! Was ist das denn? Oh lol! Oh lol! Da dribbelt der mit dem Ball so schön, ey! Meine Konzentration lässt ihn nach, Freunde! Oh! Alter! Das kann nicht sein! Ich kann nicht überall vorbeifliegen! Oh lol! Schön vorbeigefahren! Der ist weg! Wow! Das kann nicht wahr sein! Oh lol! Schöner Pass! Den habe ich! Den habe ich nicht! Oh! Der geht rein! Nein! Wow! Jawoll! Es läuft einfach in dieser Runde! Es läuft! Sehr, sehr geil! Gut schon drin! Aber wenigstens sind wir dann immer noch... Haben wir immer noch eine 1er KD, ne? Wow! Also von daher... Noch können wir uns nicht beschweren! Ist noch ausbaufähig! Die KD so gut, ey! Na immerhin besser als 0,2! Naja, wir spielen jetzt doch wieder gegen Wurzeln! Oh lol! Was wir da machen! Wow! Nein! Ich war noch dran, aber... Ach! Ach! Wir spielen gegen 3 Bots! Leute! Wirklich? Ja! Deswegen habe ich nachgeguckt, warum spielen wir gegen... Boah! 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 Das ist voll langweilig! Ja, das ist natürlich scheiße! Dann... Dann erzählt das Ding nicht, ne? Naja, also ist ganz klar, ne? Weil das ist ja unfair! Ist ja ganz klar! Guck mal, habt ihr ja gesehen! Wenn wir gegen normale Spielerspiele nehmen, die rasieren wir! Ja! Röschi! Ja! Dann komm hier mal so Potz um die Ecke! Und da sehen wir keine Schnitte mehr! Oh, da haben wir noch ein schönes Abschluss! Oder noch ein Toil machen! Fürs Türchen! Und damit bin ich wieder letzter! Das darf nicht wahr sein, ey! Das Kotzen! Du warst doch schon Feuil, ey! Ja, schön Feuil, ey! Nein, ich war grad Zweiter! Echt? Ich hatte aber schon zwei Schüsse! Nein, aber ich war Zweiter! Echt? Ja! Ja! Naja, jetzt bist du wieder auf deinem Homeplatz! Ne, ich hab ihn überholt! Ach, glaub ich ja nicht! Ja, ich weiß es auch nicht! Oh, leil! Oh, leil! Oh, leil! Das ist nicht gut! Oh, leil! Nein, ich kriege mal nicht und es leckt! Ach, sch... Das ist so professionell hier! Oh, leil! Hauptsache, Dropf! Oh, leil! Alle drehen sich im Kopf! Alter, jetzt legts aber richtig hier! Schönes Eintor! Nein! Kein Eintor! Das lass ich hier nicht zu, Freunde! Oh, nein! Nein! Natürlich kriegt der immer den Ball! Aber sowas von, ey! Weg mit dem Jungen, Alter! Sehr schön! Der schieß hier kein Tor! Wow, ey! Jetzt mal drunter durchfahren! Dein Scheiß! Oh, der kommt jetzt mal ins Feld! Oh! Wow! Mit Abstand letzter jetzt! Alter! Was für ein Traumtor! Zack! Da! Über die Bande! Und dann hab ich das Auge dafür! Zack! Und dann zack! Läuft da hinein! Mega lucky, ey! Eiskalt! Ach komm! Kalkulatet, ey! Und jetzt haben wir das Anschluss-Tor, Junge! Dann kriegen wir's noch nicht hin noch! Wurz! Wir holen ja noch den Sieg! Den holen wir ja auch! Wir haben den Bot bloß in den Schrumpf gelassen! Dann bin ich bei nachher! Genau! Ist auch richtig so! Mit sie nicht gelöscht werden von den Programmierern! Oh! Oh Gott! Die waren zu scheiße! Verlieren ja nur! Was in der Mitte? Nein! Der war zu hoch! Ich hab's nicht verkackt wieder! Oh! Fuck, ey! Nein! Der trifft ja den noch! Oh! 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 Ich hab die Orientierung verloren! Nein, ist das klar! Alles klar! Wow! Oh! 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 Den kriegen wir doch rein! Der darf nicht auf den Boden kommen! Schade! Ich bin geduschen! Yo, gleich mal! Yo, minus 9! Ich fühl mich genau wie ein Loll! Wie dumm gegen Bots Minuspunkte zu bekommen! Ey, das ist wirklich bescheid! So! Das war die erste Runde Ranked! Jetzt bin ich ziemlich im Arsch! Zweite Runde! Warte mal! Nein, ich meine die erste Folge! War das die erste Folge? Ja, wahr? Ja! Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen! Wir hoffen, es hat euch gefallen! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Tschüss!